Hallo, herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines. Ich habe mir hier mal eine neue Map besorgt, weil ja, ich musste mal ein bisschen neu anfangen. Es gab ja ein paar Updates und so weiter und ich weiß auch gar nicht, ob die ganzen Mods dicht drauf habe, jetzt überhaupt noch funktionieren und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich mir vielleicht, wäre es auch mal Zeit, eine neue Map mal anzufangen. Einfach auch dem geschuldet, weil ich ja die alte Map so ein bisschen langweilig fand. Das war nur so eine Standard-Map und so. Ja, die hier sieht wesentlich interessanter aus, muss ich sagen. So ein bisschen Berge drin, so ein bisschen Flüsse, ein bisschen dies und das. Ja, habe ich mir frisch aus dem Workshop mal geholt. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Map, kann man das irgendwann zeigen lassen? Ähm, Optionen, Spielhaden, Stadtstatistiken hier vielleicht? Nein. Nein. Okay, äh, ja, müsste ich jetzt nachgucken. Warte mal, ich gucke mal, ich gucke mal eben nach, ne? Es ist ja bestimmt für euch auch interessant, wie das Ding denn überhaupt heißt. So. Äh... Das war... Ah, das kann mich super gut sehen, ne? So gar nicht. Toll. Ähm... Schön. Schön. Ja, gut. Kann ich nicht mal mehr sehen. Das müsste ich jetzt irgendwie... Irgendwie beim Laden hätte ich das wahrscheinlich mir merken sollen, wie das heißt. Ja. Irgendwas mit B. So viel weiß ich noch. Ha, egal. So. Unsere Stadt ist, äh, ja, wird wohl hier entstehen wahrscheinlich. Hier so, ne? Wie es aussieht. Also hier haben wir eine Autobahnabfahrt. Und wir müssen aber hier diese Standardsachen machen, ne? Die, die wir schon immer, die wir halt von ihm schon immer kennen. So diese kleinen Sachen, wo es halt losgeht. Die Brücke sieht aber doof aus, ne? Okay, also die Brücke sieht super doof aus. Wenn ich mal ehrlich sein darf. Ja. Ich glaube, da ist was schief gelaufen. Ha, beim Mapdesign. Egal. Äh, ich hoffe, das wird einigermaßen alles funktionieren. Da hinten... Ja, sieht's eigentlich... Na ja, gut. Es hat auch hier so die Wellen drin. Das können wir aber alles mit Muvit ein bisschen, ein bisschen hinbiegen, hoffe ich doch. Ich hoffe, dass Muvit funktioniert. Das wichtigste Tool im Spiel eigentlich, würde ich mal behaupten. So. Ja. Nur mal so zum Gucken, zum Ausprobieren. Oh, es schiebt so aus, ob alles so geht. Hahaha. Gut. Und das hier funktioniert auch. Okay. Sehr gut. Also das Wichtigste funktioniert. Ja, ja. Straßen bauen müssen wir schon. Wir brauchen Einwohner und wir brauchen natürlich Wasser und Strom als erstes. Ähm. Wieso lässt er mich eigentlich nicht? Ich muss unbedingt Straßen bauen, ne? Ja. Wieso darf ich die... Ich meine, ist hier irgendeine Art Tutorial oder so an, dass ich ausschalten kann? Vielleicht irgendwie... Weiß ich nicht. Ja, egal. Bauen wir halt mal Straßen. So. Als erstes... Ja. Okay. Warte mal. Ähm. Dann machen wir es halt so. Oder warte mal. Wir könnten auch direkt eigentlich... Eigentlich direkt hier schon mal... Ich meine, ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Haben wir eine Einbahnstraße irgendwo? Oh. Ne, sieht nicht so aus, ne? Wir haben keine Einbahnstraße. Ja, okay. Ist egal. Wir versuchen das mal. Vielleicht geht's ja. Ähm. Mit... Mit diesem Traffic Manager sollte das gehen, glaube ich. So. Machen wir hier einen Kreisverkehr hin. Super gut. Oh, warte mal. Nicht vergessen. Warten wir hier zwei Sachen anschließen. So. Okay. Und dann können wir eigentlich das hier in der Mitte... Ich weiß mal, wie wir das direkt machen. Oh Mann, ist das laut. Der Gamesound ist extrem laut. Ich weiß auch nicht. Ja. Leg doch mich am Arsch. Irgendwo ist ein Tutorial an. So. Und jetzt können wir nämlich hier... Ja. Also ich meine, die Linie hier wird nicht benutzt werden. Also es ist eine... Warte mal. Wir machen mal hier. Hier darf man... ...da rumfahren. Und hier darf man da und dahin fahren. Und von da wird hoffentlich keiner kommen. Warte mal. Wir müssen natürlich auch noch hier sagen, die dürfen nur... ...in die Richtung fahren. Und die hier... ...warte mal. Achso, ja, okay. Ja, okay. Und die hier dürfen nur in die Richtung fahren. So. Und dann wird das hoffentlich passen, ne? Genau. Ihr dürft da lang fahren, aber dürft nicht... Ihr dürft ja nicht zurückfahren. Fertig. So. Genau. That's it. Genau. Da kommt keiner raus. Wir können dann nur darum und da rein. Okay. So. Mache ich mir wahnsinnig komplizier. Jetzt haben wir Einbahnstraßen. Ich werde wahnsinnig. Okay. Jetzt haben wir Einbahnstraßen. Alles klar. Warnschutzschule. Toll. Danke, Spiel. Danke. Oh Mann. Danke, Spiel. War irgendein Tutorial. Kack. Der halt noch irgendwie an ist. Keine Ahnung. Egal. So. Jetzt haben wir hier aber Einbahnstraßen. Schön. Okay. Ich nehme einfach mal die Standard einer Straße und mache mal hier so. Einfach mal den Weg hierhin vielleicht so. So. Das wird irgendwann mal die Hauptstraße werden, denke ich mal. Hm. Hier haben wir Bonn. Hier wird es aber trotzdem sehr laut werden wahrscheinlich wegen Autobahn. Vielleicht nochmal dann hier direkt an der Autobahn bis hin Industrie und so. Und hier oben dann hier hinten hin. Warte mal. Wie groß ist die Insel eigentlich? Ja, okay. Also wir werden hier irgendwie eine dicke, was ist das hier? Zugverbindung ist ja cool. Okay. Wir werden hier irgendwie eine dicke Straße durchführen müssen wahrscheinlich. Also eine dicke Hauptstraße. Das wird dann die hier halt irgendwann mal werden wahrscheinlich. Ähm. Gehen wir hier mal ein bisschen weg davon. Beziehungsweise wir können ja hier nochmal so eine Straße legen, die vielleicht bis hierhin so geht. Dann hier hinten, wie gesagt, vielleicht in Industrie. Hier so. Wir sollten uns mal am Strom und Wasser kommen. Das dürften wir gerade auch noch nicht. Kohlekraft. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm. Können wir eigentlich. Aber es ist teuer, ne? 19.000. Was kostet das hier? 6.000. Ist günstiger. Okay. Hier oben wäre doch perfekt auf dem Berg. Ein bisschen, aber ist halt laut. Wir machen dann in Zukunft irgendwann mal Kohlekraft, ne? Erstmal billig. Erstmal billig. Ähm. So. Sehen wir hier irgendwie, wie das Wasser fließt? Es fließt halt gar nicht. Oder wie sehe ich das? Ja, so ein bisschen fließt es. Aber nicht so extrem, ne? Hier fließt es ja gar nichts. Okay. Das ist interessant. Interessantes Map-Design. Wir haben kein fließendes Wasser. Das ist ein bisschen doof. Ähm. Also hier fließt es ein bisschen. Vielleicht sollten wir dann hier in der Nähe dann irgendwo die Dinge ins machen, ne? Ähm. Den Ausscheidepunkt. Hier ist ein kleines Zeichen. Es kommt von da. Ja gut. Ich pflanze es mal hier hin. Mal schauen, was passiert. Und erst hier pflanzen wir mal hier drüben hin. Einfach mal uns möglichst weit weg zu haben von allem anderen. So. Na, das ist dumm zu, ne? Wir nehmen das hier so hin und dann hier drüben hin. Geht das? Na, nicht ganz. Ah, ja. Ist alles andere als schön. Muss ich zugeben. Mal hier mal gucken. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. So. Okay. Also wir haben ja erst mal hier unten Wasser. Das ist schon mal gut. Und Strom haben wir hier oben stehen. Okay. 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 Natürlich nur verbinden. Ganz easy. Ganz doof. Äh. Okay. Kann ich gar nicht? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Aber ich kann nicht. So. Okay. Verbunden. Es sieht doof aus. Ist egal. Erst mal. Ob das funktioniert. So. Dann. Ja. Und hier vielleicht. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Ich meine, wir können das ja noch umdesignen dann später. Weil hier wird es relativ laut werden. Das ist das Problem. Oder vielleicht. Naja. Mal schauen. Ich meine, hier außen wird halt alles relativ laut sein. Das ist das Problem. Schauen wir mal hier so vielleicht. Da außen wird halt alles relativ laut sein. Das ist das Problem. Wieso hat das? Ach so. Weil hier das. Weil hier der Dingens ist. Ja. Okay. Gut. Hm. 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 Ja. Ist gerade egal. Wir reißen gerade was wieder ab. Egal. Egal. Pflanzen wir nochmal neu hier. So. Jetzt können wir ein paar Straßen bauen. So. Haben wir ein paar Straßen gebaut. Passt. Gut. Dann verbinden wir das hier wieder. Weil es doof ist. Okay. So. Okay. Dann haben wir das. Dann. Wo lasse ich denn jetzt erstmal. Lass mal überlegen. Also hier hinten muss auf jeden Fall. Das hier muss alles Industrie eigentlich werden. Hier entlang eigentlich auch. Beziehungsweise Commercial vielleicht. Vielleicht hier entlang. Commercial. Warte mal. Ähm. Wir haben doch hier so einen Brush. Das ist super ungünstig. Wenn man das irgendwie genauer machen möchte. So vielleicht. Okay. Und. Dann wollen wir hier nämlich. Hier so vielleicht. Erstmal die Häuser bauen. Erstmal ein bisschen weg vom Schuss. Es ist einfach. Einfach nur das da halt mal. Lass mal ein bisschen anfangen. Darum geht es hier eigentlich. So. Ich meine hier hinten. Hier wäre Industrie halt gut. Eih. Naja. Eigentlich gefallen mir die Bäume da. Oder kann man die vielleicht. Diese Bäume. Eigentlich hier mal. Ja. Da 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 da. Kann ich nicht einfach. Ja. Ähm. Jetzt. Jetzt. Ich musste gar nichts umschalten. Ich war nur zu dumm mal wieder. Manchmal passiert das. So. Ich möchte die nämlich jetzt. Vielleicht erst mal hier hinsetzen. Einfach nur damit wir da jetzt ein bisschen was dazwischen haben. Weil Bäume nehmen. Schall weg. Also leeren. Und vielleicht ist es dann ganz gut. So. Play. Herzlichen Glückwunsch. Das erste Kraftwerk der Stadt wurde gebaut. Okay. 15 Minuten. 15 Minuten. Um zu starten. Eieieiei. Das habe ich schon mal besser gemacht. Nichts geht über grüne Energie. Ja. Die werden wir aber bald abbauen. Weil. Ja. Einfach weil. Geil. So. Okay. Ähm. Hier. Aber wir können noch nicht so viel machen. Ah ja. Bevölkerung von 320 brauchen wir. Okay. Ja. Dann gib mal Gas. Schön. Wächst wie so ein kleines Dörfchen. Marspläne. Das ist aber sehr ambitioniert für so ein kleines Dörfchen. So. Also wir können noch nicht viel machen. Wir können noch nicht viel. Alle unhappy. Alle voll traurig. Ja. Das ist halt so. Geben wir jetzt den Gas hier. Wasser. Sieht gut aus. Jetzt sieht sehr gut aus. Na. Hier sieht es noch nicht so gut aus. Oder? Doch. Ist connected. Passt schon. Passt schon. Ist connected. So. Also hier haben alle Strom, alle Wasser und alle super unglücklich. Ne. Doch nicht. So. Ja. So. Ja. What's demand für Industrie. Aber das sollte... Ich glaube, das müsste sie ein bisschen einpendeln. Ich glaube, das müsste eigentlich reichen für die Größe, die wir haben. Äh, Infoansicht. Ja, ja. Was sollen wir denn bitte schon Informationen jetzt holen? Wir haben noch nichts. Warte mal. Hier müssen wir auf jeden Fall Informationen anholen. Die Spawn ausschalten. So. Das nehme ich. Mehr für den Erefer. Sagen wir gar nicht. Ja, ja. So. Guck mal an. So. Was wir unbedingt machen müssen, ist hier wahrscheinlich erst mal... War das das hier? Nein, das war es nicht. Das hier war es. Zack. Oder? Hat das funktioniert? Lass mal gucken. Nein, das hat nicht funktioniert, ne? Er erkennt es, er macht es aber nicht. Okay, das ist interessant. Okay, das ist interessant. Traffic Manager funktioniert nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, alles schön. Ärzte, Mülldeponie und Grundschule. So, jetzt mal gucken. Wieso, wieso macht er das nicht? Lass mal hier mal schauen. Genau. Hier ist nämlich nichts eingerichtet. Müssen wir das halt von Hand machen. Ich meine, ist ja auch okay. Was haben wir sonst noch so... Die hier? Nein, das war es nicht. Nein, nein, das war ja die Spawn. Wo war das denn? Nicht denn bescheuert. Was ist das hier? Nein, das ist nur... Das gibt nicht kein Limit. Fahrzeugbeschränkungen. Nein. Parken. Dingens, Bummens. Ampeln. Haben wir zum Glück keine. Zumindest da nicht. Haben wir hier irgendwo Ampeln eigentlich? Nein. Sehr gut. Sehr gut. Keine Ampeln ist immer gut. So. Ich wollte aber was anderes noch. Richtungspeile? Nein. Kreuzungsbeschränkungen. Ah, doch, klar. Das hier ist es. Das wollte ich doch. Also hier nicht, da nicht. Die fahren zu. Die fahren zu. Die fahren nichts zu. Hier nicht, da nicht. Die fahren zu. Die nicht. Hier nicht, da nicht. So. Ich hoffe, das war es. So. Erstmal eingerichtet. Müsste passen soweit, ne? Ich meine hier, das sind alles kleine Straßen. Da kann man nicht viel machen. So. Wir haben die Mahn für Wohnungen und, ja. Für Wohnungen und Industrie. Und wir brauchen natürlich auch eine Mülldeponie. Eine Mülldeponie. Dann würde ich vielleicht erst mal eher auf die Seite irgendwie stellen. So ein bisschen. Wir müssen erst mal die Straße ein bisschen reparieren, oder? Das sieht ja furchtbar aus. Warte mal. Warte mal. So. Warte mal. Gefälle. Soll hier. No. Geht das nicht? Hier bis hier. Und. Null. Jetzt ist das Ding nämlich gerade. So. Wenigstens was. Okay. Und jetzt, wo ich es gerade gemacht habe, mache ich es wieder krumm, ne? Weil mir das hier nicht gefällt. Wenn ich ehrlich bin. Aber es ist so knapp, wie man macht es ja hier alles, ne? Eigentlich wollte ich es ein bisschen tiefer legen, aber das ist ungut. Eigentlich muss ich es höher legen, ne? Oder kann man da unten drunter? Ich glaube, man kann es sogar unten drunter durch. Ich hoffe es zumindest. So. Naja, ihr seid gerade erst eingezogen. Das tut mir leid. Ihr müsst wieder gehen. Okay. Das geht's. So. Und jetzt schauen wir nochmal. Hier möchte ich die milde Polin hin machen. Hier unten. Schauen wir mal, ob das geht, ob das passt. Werden wir gleich sehen. Wir können ja zur Not noch so ein bisschen mit Movit arbeiten. Na. Möchte ich so. Wenn wir vielleicht, wenn wir hier direkt dran eine Straße hochziehen oder so. So nämlich. Dann können wir da noch eine hinsetzen. Eine zweite. Werden wir brauchen. Ich möchte es nur nicht zu nah ans Wasser bauen, weil ich nicht weiß, wie es, ähm, ob das so geil ist. So. Okay. Wir haben Mülldeponien. Und wir brauchen natürlich Gesundheit. Können wir direkt zum Mülldeponien stellen? Nein. Ähm. Ja, bauen wir erstmal hier hin, ne? Hab Zeit, dass wir es mal haben. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Das ist ja immer so. Wir müssen ein bisschen Geld erstmal verdienen und dann können wir weitermachen. So. Ähm. Ach, Schule brauchen wir noch. Stimmt. Schule. Eine Grundschule. Bitteschön. Ähm. Warum halt erstmal vielleicht da hin? Wie sieht's denn mit... Warte mal. Wir haben keinen Strom? Wir haben keinen Strom. Oh. Ungut. So, wir haben wieder Strom. Alle wieder happy? Alle wieder happy? Gut. So. Ah. Mehr grüne Energie für die Stadt. Ja, ihr werdet euch wundern, wenn ich das wegreiße und auf Kohle setze, ne? So. Wie sieht's eigentlich hier mit der Verschmutzung aus? Wo treibt die lang? Hier hinten irgendwo, ne? Schön. Ja, ja. Ja, schön. Voll die Kacke. Ja, was ist denn alles gut? Auf der voll die Kacke weg, ne? Hm. Eliens, bla bla bla, interessiert keinen Menschen. Okay, also man kann da unten drunter durchfallen. Ist aber sehr knapp, weil wenn man die Laternen dann tut, ne? Die gehen schon ein bisschen da an, ne? Ne, egal. So. Okay. Also wir brauchen definitiv mehr Einwohner. Mh, lass mal überlegen. Mh, wir machen hier auf jeden Fall ne Hauptstraße hin. Und hier könnte man vielleicht ne kleine Nebenstraße oder so dann hinbauen. vielleicht, ja, vielleicht, ja, vielleicht wäre das ganz gut. Und dann hier hinten sozusagen auf der Seite Richtung Wohnungsbau gehen. Vielleicht könnte man auch einfach hier noch, ne, wenn ich ehrlich bin, wenn ich ehrlich bin, wenn ich ehrlich bin, weil das hier so weit weg ist einfach. Ich bräuchte mal schon fast ne Autobahn. Ich mein, wir könnten, wir könnten was ganz verrücktes machen. Ne Autobahn ohne Anschluss an die Autobahn. Einfach so ein Weg von da nach da, damit man halt schnell von einem Stadtteil in den anderen kommt, oder? Ich weiß nicht. Ist das vielleicht klug? Vielleicht auch nicht. Was brauchen wir hier? Nicht genügend Arbeiter. Ah, ja. Ja, ja, wir machen das schon. Warte mal. Ja. Ja, wieso geht's denn nicht? Natürlich ist jetzt gerade Nacht. Das ist wieder geil. Okay, komm, wir geben Gas. Wir wollen bei Tag bauen, nicht in der Nacht. So. Zwar wollen wir ja was sehen. Wir wollen ja da hinten vielleicht was bauen. Können wir denn schon, wir können schon bessere Straßen bauen. Was ist das hier? Small Heavy Roads. Mittlere Straßen. Mittlere Straßen. Das wäre das hier, was ich hier vorhatte eigentlich. Können wir ja gleich mal machen vielleicht. Aber wir haben immer noch Verlust. Wir fahren immer noch Verlust ein. Guck mal. Warte mal. Da müssen wir was ändern. Hier. Können wir mittlerweile Steuern anheben. Ja. 12 Prozent. Immer auf 12 Prozent. Das ist voll gut. So. Wie sieht's jetzt aus? Wird's jetzt besser? Ich hoffe doch. So. Wir können aber auch eigentlich erstmal mit der kleinen Straße leben. Ich meine, da ist noch nicht so viel Verkehr, dass es irgendwie ein Problem gibt. Da ist noch nicht so viel Verkehr, dass es irgendwie ein Problem gibt. Also wir können das erstmal eigentlich so lassen. Was wir auch machen können, ist, wir können hier schon mal eine große Straße hier hinziehen. Dann vielleicht bis hier. Dann wieder rumgehen. hier so durch sagt steht okay also das wird unsere hauptstraße daran wird alles verbunden oh gott dass ich hasse ist eigentlich eigentlich dieses spiel ist eigentlich furchtbar wenn wir ehrlich sind eigentlich ist es furchtbar ist es auch cool so vor probleme zu stehen die man sich selber geschaffen hat immer wieder hier kommt dann wieder industrie vollfett hin und hier eigentlich wieso wieso eigentlich wo die kacke entlang läuft da kommen wir doch die kinder spielen lassen das ist okay ich meine wo sollen die sonst die waren früher im wald heutzutage macht man das hat mit am fluss somit mit dem was so menschen halt übrig bleibt doch voll gut da freuen sich die kinder beschäftigt nicht ganz so lange bis hierhin dann darf es neben so hier noch eine straße runter und hier noch da oder nah nie machen wir hier nochmal weg auch so ganz durch hier fällt uns da was cooles ein was mit einem einbauen so wunderbar die kreuzungen sind immer nicht ganz so geil egal okay und jetzt füllen wir hier schön schön wenn man das ist doof an der stelle ja mal schauen wie es ist gut wir füllen wir füllen hier einfach mal alles ein und wir brauchen noch wasser hier hinten haben wir noch kein wasser das hier können wir mit dem brush mal eben die wups hier an der stelle weg machen vielleicht so keine ahnung und den rest wenn ihr vielleicht brush so kreuzungsbereich schön frei halten so ja so ist doch gut ja wir brauchen noch stroh und wasser hinten ich weiß kommt sofort kommt sofort kommt sofort so Strom bauen halt voll mit dich ne ja egal Nicht genügend Geld. Oh, sehr ungünstig. Okay, wir haben nicht genügend Geld für Strom. Gut, einen Geld Trick anwenden. So, jetzt müssten die eigentlich bald unhappy werden. Bis dahin können wir ordentlich Geld scheffeln, das passt. So, und zwar jetzt. Jetzt werden die unhappy, jetzt machen wir wieder zwölf. Damit sind die mit ihr alle glücklich. Das ist super. So, und dann können wir uns normalerweise das Ding hier leisten. Wunderbar. Okay, so. Und schon haben mal andere Stromprobleme wahrscheinlich, oder? Oder geht noch? Genau, alles gut. Okay. Passt. Wasser? Ja, voll gut. Okay. Passt. Also, dann. Ja, war klar. Also, wir bräuchten natürlich dann hier hinten auch noch mal ein bisschen. Ich meine, wir könnten natürlich hier noch mal. Wie viel? Weiß ich gerade gar nicht. Na komm. Na komm, lass dich drehen. Manchmal mag das Spiel halt einfach nicht. Ich weiß nicht, wieso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Ich glaube, hier ist schon gut, wenn wir hier eine Straße verziehen, dann können wir hier noch mal noch mal mehr Müll machen, ne? 4, 4,000. Machen wir noch nicht. Machen wir noch nicht. Ich hole das wegschalten. Wegschalten. Danke. 1,1 Prozent voll. Also, wir haben noch Kapazität. Wir haben noch erst zwei Müllautos im Einsatz. Das geht schon. Genau. So. Gut. Ich meine, wir könnten jetzt auch Ich weiß nicht, wie ist denn hier die Strömung? Ist hier eine Strömung? Minimal Minimal ist hier die Strömung In die Richtung Okay Ich meine, wir könnten jetzt Das Ganze auch hier hinten machen Wenn wir das hier hinsetzen Ist ein bisschen laut Ein bisschen noisy Aber gut Was haben wir hier eingezeichnet? Ja, okay, das ist ungünstig Wir müssen hier ein bisschen was wegmachen Oh, das war falsch Huch Voll doof einfach Ich selbst So Und hier machen wir halt dann ein bisschen Commercial noch hin So Wir haben ja eh zu viel Wir brauchen mehr Industrie So Industrie kommt hier unten hin Einfüllen geht doch wesentlich schöner So Da kommen Industrie hin Viel Spaß, Jungs Der Mädel Mich klinieren Ja, alles gut Strom Oh nein Okay Es wird Zeit Es wird Zeit, glaube ich Und zwar Wollen wir das vielleicht Hier hinsetzen Geht das? Mal gucken Ja Geht Okay Das geht Und Hier durch würde es eigentlich ja auch gehen Also ich glaube auch hier bräuchten wir das nicht mehr Weg hier Aus dem Mensch mehr So Okay Hier hinten bräuchten wir ein bisschen Strom Weil die Leute einfach auf der falschen Seite eingezogen sind Müsste passen Müsste gehen Gut Okay Sehr schön Ja, dann haben wir doch So ein bisschen was wieder geschafft Ich meine Wir konnten noch ein bisschen So ein bisschen Feuerwehr und Dingens Und überhaupt Und Bildung vielleicht noch brauchen Und hast du nicht gesehen Und alles Aber Das wird was für das nächste Mal Oder so Mal schauen Bis dahin Macht's gut Ciao